Manuel Fettner nach dem ersten Durchgang, 16. bräuchte jetzt 135 Meter für die Führung. Oh, der ist auch gut! Und ist der! Super, der hat er! Ja, bravo! Tolle Steigerung von Manuel Fettner. Jetzt ist der Oberkörper mehr lang geblieben beim Absprung, hat die Energie besser reingewirkt. Ja, schau, das ist die Weite von Stefan Kraft. Super, ja. Ja, der war richtig gut. Ja, der war richtig gut. Bisschen verwackelter Telemarkt, da gibt es Abzüge 18.5 oder 18.0, aber die Weite bestechend. 138 Meter, das ist jetzt die überlegene Führung vor Daniel Andretam, der 7,6 Punkte Vorsprung für Manuel Fettner.